Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 LOL Battlefield 3 Multiplayer mit Dennis wieder und Christian und Hardy Wir spielen Wake Island und sind immer noch auf dem Gamester Server und bin leider nicht in die Viper gekommen Ich kann Peter kaum hören, die scheiß Rotorblätter sind so laut Also ich bin da in der Viper drin Dann muss ich zu den Schiffen kommen Peter wir können in den Heli LOL, was ist denn das? Ich sitze in dem anderen Heli Ich muss jetzt irgendwie zu den Schiffen Unser Heli ist voll Wie kommen wir denn zu den Schiffen? Äh doch, zu den kleinen Bötchen Die sind unten, ganz unten sind die Ja geil, was ein fetter Start Die beschleunigen die Sachen abwas Ich bin einfach ins Wasser gesprungen, Peter muss einfach vorne über den über die Reling Okay, das wäre vielleicht sinnvoll gewesen aber ich bin jetzt schon Oha Sehr gut Wo müssen wir überhaupt hin? Ah da Bei Bedarf kann bei mir gespawnt werden Ich bin bei E Äh Wo fahren wir ins Erste hin? Also E Scheiß, ich bin tot A oder B A oder B A oder B Mega Alles Noobs auf dem Server Und wollen wir wieder haben Ich hab gerne A Deswegen verlieren wir auch jedes Mal Kriegst du sofort Äh, ich bin grad tot Aber dann kriegst du einen kleinen A Alter, da hat einer schon 1260 Punkte Äh, what the fuck Wird's gern A, sagst du? Ja Markiert mal Sehr gut Fahr einfach weiter, Peter Strand kümmern uns nicht Ach, verdammt Da ist ein Heli Oh, oh Ich bin grad im Jet Ja, ich mach alles kaputt Ich bin Mongo Oh, lol, lol Ey, Germaner In die Viper rein Ach, scheiße Tot Bin grad fast Die Viper macht ja Und bin voll dick gegen den Flugzeugträger geheizt Scheiße Adi, die Viper schießt auf dich Jo Jo Äh, wo spawnen wir? Ah, bei A im Dorf Okay Alter, fick die Henne Oh, ich seh meine Waffe nicht mehr Da kommt direkt von dir, Pete Kommt sofort ein Buggy Ich seh meine Waffe nicht mehr Was ist das denn? Ich wechsle mal ein paar Mal die Waffe Das hatte ich auch schon mal So, weiter zu B Hammer, jetzt stehe ich hier Ohne Fahrzeug mit dem Arsch Boah, ich nehme jetzt die Luftabwehr Scheiße auf die Panzer, ey Ah, ja genau Alter, das ist hier alles wieder so chaotisch Warte schon, bisschen mehr Kann man denn join? Bei A, also bei uns Das Das ist ein Haley Wir müssen hier echt weg Müssen wir, wir müssen auf jeden Fall Richtung D Ich bin für Buggy Ich laufe Dann nimmt ihr den Buggy Ich laufe Dann bin ich ein bisschen unauffällig Dann könnt ihr im Zweifel bei mir joinen Das Havoc-Ding ist down Lol, Hardy nimmt den Jet? Ja, und? Rosator, möchtest du mit dem Buggy einsteigen? Ich bin gemessert worden Ich habe gerade noch das Pitch-Ding gemacht Ich bin hinter dir Ich bin direkt hinter dir Oh, wir sind Gegner Oh, ja Lava, ey, doch am Arsch Ach, ist er alle tot? Die sind alle wiederbelebt worden, Peter Nice Da steht ein Panzerbord Ja, ich bin down Ja, aber ich versuche auf den Panzer zu schießen Ich versuche den wegzumachen Ja, dass ich den Platz mache für euch Ich bin in dem Jet drin Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er Ich bin schon wieder tot, ey Lol, lol, lol Ey, wir müssen jetzt hier echt los Ja, Peter hinterher, ab über die Brücke Ja, geht Okay, das kommt mir hinterher Auf der anderen Seite Wir sind überall Können wir denn bei A von hinten kommen, verdammt, ey Möchtet jemand beim E einem neben helfen? Wie sollen wir da so schnell hinkommen jetzt mal eben? Ja, bei mir spawnen zum Beispiel Okay, vergesst es So, jetzt aber, oder was? Ja, jetzt aber, ey Jetzt haben wir hier ein paar Leute weggeballert Wir haben einen Strand lang Wo auch gerade die Leute näher kommen Da kommen wir uns entfielen Da kommt ein Panzer Ich sehe schon mal Minden hier Okay, go, go, da rüber, Pete Wir müssen da jetzt hinten rum ran Oh ja Wirst du uns schon mal ankündigen? Ja, die haben mich gesehen Hallo, ich hätte gerne deine Marke, danke Boah, Alter, ich bin noch am Leben Und hab auch null HP Da steht nämlich einer genau auf dem Spot drauf Und ich bin wieder down Ich bin wieder down Da steht mein Strand Scheiße, ich kann euch nicht mehr wiederbeleben Scheiße, ja dann versuch zu überleben Der Tank hat glaube ich was dagegen Oh mein Gott Da kommt einer durch Und hat uns glaube ich alle weggeballert Vielleicht ja So, ich bin von dem Tank getötet worden Ich auch Ich habe jetzt mal ein Flugzeug Und nehmen Man, die wollte ich ja auch haben Wir haben E Wir könnten auch mal E starten Zwei Fronten Krieg Wir haben nur E Wir haben nur E Boah, nächster der Wurfding Schon wieder, Alter Ich bin noch reingegangen Na, als Fabian fliegt Da bin ich mal gespannt, Fabian Juhu, bei A ist einer in meinem Leben gefahren Bödinger hat C Der Rock ist down Hammer, da kommt die mobile Flugabwehr angefahren Der Tank hat ein bisschen was dagegen Aber generell habe ich den von C Haben wir hier keinen, der reparieren kann im Hellwog Warum sind wir eigentlich alle an anderen Punkten Nein Juhu Und da ist mein Spiel abgespielt Hat aber lang gedauert, muss ich sagen Viper Ach man, ich will auch mal in die Viper rein Oh, ich stehe auf der Viper drauf Wow, jetzt klappt sich auch ein Wohnmethod Wäre das nicht ein bisschen besser, wenn der Squad wieder zusammen rumläuft? Oder der schien mir eben ein bisschen effektiver, als wenn der da irgendwo anders drin sitzt Ja, schon Sollten wir wohl tun Ja, dann bin ich für E Dann könnt ihr gerne bei mir joinen von E nach D und auf dem Button Ich bin tot Okay, ich komme wieder zu euch Okay, oder auch nicht Weil keiner lebt Also gehe ich zu E Dann join ich dir jetzt Oh nice, das dicken Tank LoL, Alter, wie mit den Nanina-Metzeln am Streit Ja, nicht leider Ja, die Tunguska hat mich gekriegt Das ist die Flugabwehr, die da rumfährt Oh, das stimmt Wo ist Hadi denn da gerade? Äh, Hadi ist Wo ist Hadi? Hadi, sprich mit uns Ich bin tot Ich habe gerade gegen den Panzer gekämpft Nachdem ich Mit dem Heli da ein paar Leute hingebracht habe Aber wo genau ich gerade war Zwischen dieser Punkt Hier läuft einer rum Ja, der hat mich auch erwischt Fuck Alter, ist der wohl ein Scherz Ja, dann wieder eh, wa? Ne, wir könnten in Venom einsteigen Oder auch nicht Warum nicht? Hat doch Ah, der fliegt aber witzig Ist egal, Alter Fliege ich auch Der soll uns mal irgendwo abliefern Nicht hier Leute, warte schon Oh mein krass Das ging ja rucki zucki Ja, geil Wieder eine Runde verloren Wie erwarte Wie erwarte Hallo und herzlich willkommen zurück Golf 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 Und wir gehen ab Ihr hättet den nur einfach rausschmeißen können Kann man? Ja, kann man mittlerweile Cool Hardy, Golf Ja Und A spawn Wie die finden A Tank? Ja Können wir ihn kriegen? Ich kriege ihn Ich helfe dir Ja, direkt mal Die Wand Ja, ich muss ein Stück zurückfahren Damit ich Loll Was ist denn das mit dem Panzer Wo sitze ich denn jetzt drin? Das ist Das ist dein Aufklärungsteil Ja, drück mal rechts Klick, dann hast du Ähm Oh, ich bin die Stiftlage Na, weißt du Was bringt mir das? Was bringt mir das? Das schießt auf mich Und Ah, ich kann Raketen damit verschießen Links ist der Der will sich den Buggy nehmen Der hat sich den Buggy genommen Ist wieder ausgestiegen Läuft nach rechts Ist down So, jetzt müssen wir wieder noch Wir werden von irgendwo erfasst Das ist nicht gut Oh my fucking god Ich heile Ich heile, ich heile Ich heile Oder auch nicht Wo hast du uns denn geheilt? Ich hab versucht euch zu heilen Adi, muss klappen Nicht nur versuchen Ja, sorry Nur Ergebnisse zählen, weißt du doch Aber trotzdem A Moment Wollen die überhaupt A angreifen? Ja Ne, B Die sind mit dem Hubschrauber zu B geflogen Das finde ich aber ganz schön frech Jetzt machen alle gerade die hektische Bewegung Einer kommt nach vorne Einer kommt nach vorne Und tötet mich Boah, ich kriege auch nichts gebraucht Ah, man nervig Woher? Schau mal kurz in den Tank bei A Jetzt sind meine Klassen wieder zurückgesetzt worden Das ist doch scheiße Jetzt habe ich wieder keine Minen Kannst du die nicht auswählen Oder hast du die nur gerade nicht dabei? Ne, ich habe nicht dran gedacht Dass ich die neu auswählen muss Dadurch hat das Spiel abgeschmiert ist Habe ich ja wieder das alte Inventar zurück Nein Wo sind wir denn hier bei B? Ich bin auch bei B Jetzt können die hier schon mal nicht mehr spawnen Soweit so gut Die haben den Flugplatz Soweit sind wir hier nicht mal gekommen Das ist ziemlich ödem Dann haben die nämlich alles fett wie an Fahrzeugen raten So, ich würde sagen direkt Buggy Okay mal C Der Buggy brennt, verdammte Scheiße Das ist ja jetzt Quatsch Alter, wie der fliegt! Alter, wie der fliegt! Alter, was ist das denn für ein Freak, ey! Das war geil, der ist doch fast Ja Der ist doch drauf gegangen Der ist fast so gut wie ich Ah, aber auch cool Buggy! Buggy! Ja, da vorne ist ein Tech Wie willst du mitfahren? Da haben wir doch Nougat-Creme-Schnitte Das ist ganz schwer Aber geben wir einfach mal Gas, ja? Äh, das wird nicht funktionieren Okay, ohne mich Wir gehören nur schon drei Punkte auf der Map Das ist unfassbar, wie schlecht wir sind Alles nur wegen Hardy Und auf Wiedersehen, du geile Nutte BAM, Junge! Links auf dem Hügel kommt einer Peter, vor dir! Der fährt doch schon wieder irgendwas rum Betroffen Da stehen noch viele Männchen hinter dem Okay, die erobern den Weg Bleibt mir hier erhalten, ihr Männchen! Sehr gut Danke Ich werde auf den Panzer schießen So, wie wird denn hier mal mit Gabelstapler-Action? Ich habe keine Munition mehr, ich kann nicht mehr auf den Panzer schießen George, jetzt haben wir retten? Ja, sofort Ich muss sicher ein Messer an Oh Gott, jetzt bin ich vom Tank erschossen worden Und ich habe noch zwei geile HP, ey Ähm, join ich jetzt hier Ich schmeiße da so ein geiles Package hin Blöde, aber oben steht ein Panzer? Ahhhh Der ist, einer ist ausgestiegen und hat mich getötet Ja, und jetzt bin ich auch tot Ja, das ging schnell Ich kann da nicht hier Die geile Nutte hier, ey So, jetzt schnappe ich mir den Buggy hier Und dann geht's los Ja, du wirst direkt beschossen Komm einsteigen, ihr Nutten Du wirst doch da noch beschossen Das sind doch Tanks Von dem Tank Das sind doch Tanks Das sind von dem Tank drin Jetzt mach ich einen Roadkill, woho Ja, nice, der hat uns beide rausgeschossen Ja, dann nehmen wir uns das Ding Ja, dann nehmen wir uns das Ding Oder ich zumindest Wenn Feet nicht mitkommt Doch, ich komme Schnell Komm, nämlich gerade ein Flüger Ja Ich bin's rausgeschossen Alter, Fick die Oma, ey Ich leb noch Also hier kommt man keinen Zentimeter voran So eine Hurenscheiße Ich war jetzt hier im Hangar drin Da kommt direkt einer Entgegen Gelaufen Ich bin da Machst du davon Quatsch? Fenster kaputt gemacht Ich brauch was, sehe hier Nein, nicht du So, schnappen wir jetzt den Buggy Und dann geht's weiter Okay, mit dem Buggy mach ich den Gabelstapler Leute Das hat mich da rausgeschossen Geil, man kann mit einem Gabelstapler fahren Wie geil ist das denn? Wuhu Alter, aber auch mich durch die Gegend zu schieben mit deinem verkackten scheiß Gabelstapler Jetzt geht's los, ja Null Hadi, Hadi Bleib mal Go, go Bleib mal wat Willst du jetzt mit, Leute? Leute, Tee mit O, wat Alter, wenn ihr mir auch keinen Schaden machen könnt in dem scheiß Teil hier, ey Wo ist denn? Wo ist denn? Boah Ich nehm jetzt übrigens eh einen, nur mal so zur Info Du brauchst nicht so schreien Echt, Major Ja, hier sind schon wieder so viele Leute bei C Boah, ist doch zum Kotzen Hinter dir, hinter dir Ich weiß, ich bin auch tot Ist noch irgendjemand bei C? Was hat, nein? Da sind immer noch Leute Wir sind hier Aber es wird nicht eingenommen Ja, aber die kommen wieder angelaufen Alter, helft mir doch mal hier, ihr Bobs Hilft Alter, wir, wir nehm... Ne, ich nehm gar nicht Ich nehm mir eh ein Mama Ah, tja, das war's Der Heddy, der Fliege ist nicht unser, oder? Ne Nein Der lässt aber den ein oder anderen da raus Die mich tut Boom, getroffen Ich bin auch down Scheiße Meine Granate Alter, halt hier den... Können wir den Flieger hier nicht klauen? Wenn den jemand repariert Klar, ich reparier den, warte Ja, vielleicht auch nicht Oh! Hat's repariert Ja, ist repariert Was wir hier nicht selber hier Flieger stehen haben Dahinten laufen Leute rum zu unseren Hangars Da, wo unser Havox spawnt Der nimmt unseren Havox Die sind schon wieder alle man da Oh ja Das ist so behindert Was halt traurig ist, guck mal Unser Squad in den, in den Punkten Ach, der Gerrit Der Peace Capver Der hat sich da dazwischen geschummelt Boah, jetzt geht ab Da ist die Flugabwehr Ahahahahahahaha Der hat sich bitte um Hadi ein Heli Alter, Heli Heli, 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 Heli Oder wer auch immer Über euch ist ein Heli Ja, ist egal Ich will auch mit fliegen Ich will auch mit fliegen Nein! Und mein Spiel ist wieder abgeschmiert Unter uns ist die mobile Flugabwehr, Dennis Unter uns ist die mobile Flugabwehr Und der Maik hat nix gegen Ja, das merk ich Außer abhauen Mein Spiel ist direkt in den Kasten Wo ist denn der andere Heli jetzt hin? Boah, der ist rechts! Der ist direkt neben uns Loil Alter F-35 Achso, der Flieger Achso, der Flieger Achso, der war noch ein verkackter Fubjet! Alter Also, ab und zu Ne? Also, wenn nur auf die B-Basis Was ist das? Ach mein Gott Hab mir grad das Flieger richtig hat gerissen, ey Ja, auf jeden Fall Ach, ich hab vier Zehn Ich hab vier Zehn Oh, Respekt, Bro Rund sich das nochmal zu joinen Na ja klar, jetzt kommen ja noch zwei andere Maps Achso Bist du wieder rausgeflogen, oder wat?